Willkommen zurück zu meiner Folge, Minecraft ist der Folge 631 und ja, wir haben soweit aktiv diesen, den hier halt voll gemacht. So, wir müssen jetzt mal gucken. Wir müssen ja hier diesen, diesen hier ausfindig machen. Das würde bedeuten, wir müssen auch in die Mitte, das heißt, wir brauchen Kooperatoren, wir brauchen erstmal unsere Rotsteinkiste. Genau, die nehmen wir mit und schmeißen die mal mit oben hin. So, wo kommen wir am besten raus? So, das heißt, wir brauchen auch ein bisschen Steine. Guck mal, die haben wir sogar noch. Und müssen dann den testen. Das ist gut, das ist gut, weil, also nicht das, nicht der, sondern Weil der muss ja Rotstein-Signal rausgeben, einfach nur 7 3, 4 Also, egal. Müssen ja so oder so hin. So, das ist jetzt genau der hier, der einfach das Signal von hier bekommt. Hallo. So, das heißt, der bekommt das Signal von hier. Und dann können wir hier, ah ne, jetzt hab ich, ah, hab ich noch Sticky Pistons. Äh, ja. Vier Stück an der Zahl brauche ich. Ja, das bleiben kann ruhig weg. Ist mir egal. Die Frage ist, also, das war das, was ich an Ritz und wen ich hatte. Wie viel kippt das aus, wenn hier kein Signal drauf ist? Also, nur Die, ich könnte jetzt, also ich muss so oder so einen Repeater da rein machen. Das heißt, Wenn der halbe Stack drin ist, wo kommen wir hin? Da hin. Das bedeutet, halbes Stack, 43, ja, mach mir das so. Mach hier einer den hin, genau. Kein Rotstein mehr, das ist der Döv. 2, 3, 4, 5. So, auf die Höhe müssen wir. Hm, nee. Sondern so. Ah ja, okay, gut, dass er glätzt. Wir dürfen ja keine Blöcke hier haben. Lalalala, das habe ich doch gewusst. Wo geht das hin? Achso, das geht ein. Wie komme ich hier raus? Hm, hm, hm. Bauen wir gleich von oben ab. So, jetzt erstmal hier noch. Und hier noch. Genau, der Rest können wir von oben abbauen. Da ist ein grüner Mann. Der grüner Mann, der will mich mal. So, den grünen Mann, da machen wir mal ein... Ein, ein, ein Bild. Das ist unser Überraschungsgast. Wo können wir denn ein schönes Bild machen? Oh nein, oh nein. Oh nein, er kommt. Unser Freund kommt. Unser Freund, unser Freund, unser Freund. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Okay, warte, ich muss das mit mir wieder vereinzelt. Oh. Oh, ich habe meine Spitzacke eben weggeschmissen. Sollte ich mir mal wieder einsammeln. Unser Freund ist weg. Yay. So, da können wir auch das wieder sein lassen. So, das ist nur die Eisenform am Arbeiten. Äh, die Eisenform, doch, die Eisenform. Super, 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 außer mit da ist bestimmt nur der eine Grasblock, genau. Ja, wenn ich sprinten kann, der kann nicht fliehen. Und der muss nochmal laufen. So, das bedeutet, wir machen das mal so. So, äh, ja, wir machen das so, wir schmeißen den rein, dann müsste der wieder ausgehen. Nö, der geht nicht aus. Gravel ist da drin. Pff, das geht doch gar nicht. Jetzt haben wir natürlich auch keine anderen Baublöcke. Warte mal, ist Koppel unten drin? Wahrscheinlich, ne? Ne, hier ist Dirt. So, Hauptsache, der Piston ist... Der ist noch nicht oben. Moin. Dann muss ich einfach den wahrscheinlich nochmal um 1. Ne, warte, ich müsste ja, wenn, dann müsste ich ja... Ich mach jetzt mal weniger rein. Ne, dann funktioniert das Ganze ja gar nicht. Da müsste ja noch ein Inverter rein. Ja, genau, hier muss ein Inverter rein. Das heißt, der Inverter kommt hier an diese Position. Dann müssen wir das auch nochmal neu auszählen gleich. Da kommt der Inverter rein. Da und da. So, jetzt hat er den Mitgliedlaut. Genau, perfekt. Das heißt, wenn hier jetzt... 33. Ja, warte mal. Wir machen mal 32 da rein. Dann ist der rausgefahren. Gut, das teilen wir noch ein bisschen. Das machen wir nicht jetzt. Jetzt verkabeln wir erstmal. Das heißt, das geht weiter mit... dem hier. Der kommt sogar hier raus. Das ist sogar sehr gut. Der kommt nämlich da raus. Der muss an diese Linie, dass hier der Piston bepowert bepowert wird. Bepowert wird. So, der muss da an die Linie, dass der Piston da bepowert wird. So, das bedeutet, ähm... Ein Komperator. Ein Komperator. Eins, zwei, drei. Wie viel hat ich jetzt da? Eins, zwei, drei Stück. Eins, zwei, drei. Ja, dann machen wir das anders. Dann machen wir das... Doch, wir könnten eigentlich jetzt auch hier den Inverter reinbauen. Und bauen den, äh... So, weil wenn ich jetzt den hier... ausmache, dann geht der auch aus. Genau. Der ist aber jetzt aus. Achso, die sind jetzt alle aus. Ja, macht Sinn. Ja, gibt Sinn. So, und den müssen... Einfach mal in Lava gesprungen. So, wo die zwei können wir auch nochmal umsetzen, dass die so gehen. Genau das heißt, der hier wird gemessen, genau. Mit dem Komperator. Und dann kommt... Ne, keine Fackeln, keine Fackeln. Nur Linie 1, 2, 3. Und dann können wir das hier da auch wieder gleich machen. Einmal die Fackel zum Ausmachen. Eins, zwei. Und den. Und einen Sticky Piston. Und jemand, der mich hier rausholt. So. Zwei Glas können wir weg tun. Ich glaube, die können einen sortiert werden. Und der letzte... Der, die das letzte... Wo ist es? Nö, hier unten nicht. Das vermisse ich ja ein bisschen. Da unten ist nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Was ich lange nicht mehr hatte, ist ein Wondering Trader übrigens. Nö, warte, wir müssen schon hier in die Richtung. Ja. Ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Wir brauchen trotzdem noch ein paar Stones. Keine Gommelstone, sondern Stone Bricks. Wo kriegen wir die am besten her? Wir holen sie von unten. Indem wir sie einfach abbauen. So, was wie viel brauchen wir denn? Zwölf Euro Farben mal 16. 15, 16. Wollt ein Loch. Egal. Ich weiß von nix. So, wir gehen jetzt erstmal kurz schlafen. Ich hab kein Bett. Dann schlafen wir. Ui, ui. Das geht doch gut. So, und dann nochmal ganz schnell zurück. Das machen wir jetzt noch, hätte ich. Also zumindest hier oben. So, und zwar hier einmal dahin. Erzähl ich mir grad, Böcke mit dem Gön. Dahin, warte mal. Wir müssen, wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin. Da ist er ja schon wieder. Du, mach dich ab. So. Da war schon wieder einer. Also, wir müssen erstmal wieder hier zurück. Und müssen hier so lang irgendwo, äh, bitte, 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 wie machen wir das? Wo gehen wir lang? Wir könnten hier drunter her lang gehen. Wobei es ist ja eher, dass wir hier ein Chunk jetzt. Dann gehen wir auch hier lang, komm. So. Dann muss hier ein, einmal der hin. Dann, äh, ja, super. Dann, einmal den, und dann brauchen wir, der war kurz, die. Den können wir auch mal draufschmeißen. Ähm, eins, zwei, drei. Eins, zwei. Und dann, zwei, drei, vier, fünf. So, das heißt, wir können die jetzt schon mal quasi abschalten. Jetzt ist es nur noch, Timing, ne, warte mal, jetzt ist es noch Timing, jetzt müssen wir nur rausfinden, bei was für einem Zählwert der ausgeht. Äh. So, der ist an, bei 16. 24 ist der auch noch an. 32 ist der noch an. Äh, dann 33, 34, 35. Ist der auch noch an. 41 ist der noch an. 45. 42, 42 geht er aus. Also, sobald er 42 hat, geht er an. Das ist okay. Dann würde ich sagen, haben wir das doch schon mal fertig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es hier fallen, ist eine positive Bewertung da oder ein Abo und bis denne. Tschau, Leute.